Hallo und herzlich willkommen in ein neues Video von mir Viel Spaß Äh, was du jetzt entspannen? Ja, vielleicht wird er mal ein Buch lesen Wie wir haben hier Äh Ja Ne, das Geld ist auch knapp, also Leute, ich muss auch irgendwie an Geld rankommen, weil wie es gerade aussieht werden wir wohl in der Wohnung nicht bleiben Das sag ich heute jetzt schon mal Ähm Pieseln, ach nee Das Das Nein So ausschimpfen für Wer hat gesagt, Pieseln Also ich mein, wenn er Schon Urinieren So Gefällig ist bitte draußen, weil Drinnen Ja, aber es ist ja Und ich mein Er lernt auch Ja, er lernt auch Pfütze aus Zwischen und Ja, was können wir mit dir machen? Ja, wir machen mal, wir spielen jetzt Ja, Trick breibringen Und du Zur Bibliothek gehen Ja, dann können wir jetzt zur Bibliothek gehen Und zwar Papierhausbibliothek besuchen Und ihr werdet mal Ja, was auch immer Jeder macht So Leute, ich dachte mal Ähm Wenn ich jetzt Geld habe, natürlich Werde ich hier Das Haus Das, unser Haus Ein bisschen mal Dekorieren, weil Bis jetzt dieses Alles ganz gut, aber Das wird ja mal groß sein Und sie hat bestimmt Mal Sie Gott, ich werde Du machst ja wieder Plastisch Um die Zukunft Und ich Ja Da lässt Das ist Wir haben hier Diese Nachbarin Wie heißt sie? Ähm Ich muss Stimmt So ist es hier Jetzt mit Ich einfach koppeln Warte, warte, warte Die Jungs Füllt Sich mit Das Mädchen Verkuppeln Ja, vielleicht kommt Ich zusammen So was Ähm Ja Der Bibliothek Die ist mein Bücher Und nicht chatten Weil wir So Was von mir ist Mal lesen Bündungsaubs Das erstbeste Ja 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 Erstmal Sie lernt sich Erstmal kennen Also Es ist ja Dass man So was Nichts Machen kann Wie sieht sie Eigentlich aus Schön Also Ja Ja Können sie sich hier Ruhig Verkuppeln So Nötig Schön Mal Dein Buch Da kommen Jetzt mal Was Mitgemacht Ich kann eigentlich noch jagen Ja Jagen Nee Noch mal hier Ach komm Stimmt sie müssen Wo ist das Jagen Bündungsaus So geht So geht das nicht Ja Irgendwann Mord Okay Vielleicht ist auch zu hungrig Kann auch sein So Dann gehst du jetzt mal Nach hause Und Zumitär war ich noch mal vieler müde Ja So Dann hast du jetzt mal Dein Herbstalat Und du kommst jetzt mal schön nach hause Ja Sie müssen jetzt auch bald schlafen gehen Weil sie müssen um 9 Uhr Oh Ja Sie müssen um 9 Uhr Boah Ich würde mal Sie müssen mal noch halt Auf Äh Zur Arbeit Gehen Also um 8 Uhr Ja So So Oh Tut mir leid Ähm Geschirr spielen Ja Mach das alles Du bist du Ich bin es für sein Zimmer Oder Ja Und Ich bin es für das mal schön Pff Ja Gehen sie jetzt auch mal aufschlafen Objekte Sachen Nee Geht es auch mal aufschlafen Also liebe Leute Die Nacht wird jetzt eher Nicht so Spannend sein Deswegen Sehen wir uns am frühen Morgen Gegen 5 Uhr Jo Bis gleich Hallo liebe Leute Äh Hallo Und wie schon sagt er Um 5 Uhr muss Fabian Und Warte mal an der Er ist erst so Er hat erst 15 Uhr Ja Dann Geht jetzt mal Fabian Duschen Weil er noch Zeit hat Wird er noch Was essen Ja Dann geht er Zu seinem ersten Arbeitstag Ja Das ist Spannend sein Er wird Neue Arbeitskollegen Finden Neue Freunde Und dann wird er auch mal In der Stadt Jemanden kennen Ja No Robert Oli Da muss man Ich muss mal was essen So Ich glaube da stehe ich jetzt auch mal Oh Mach es jetzt mal Sorry Ne Ähm Wir müssen auch gucken Dass einer von die beiden kocht Oder beide Also für beide kochen würde Würde es perfekt sein Aber Wir lassen uns noch Zeit Wie einfach mal Ist das Ist das Saber Er ist die Schüssel Genau Er ist Okay Ich gucke mir das aber nicht mehr an So viel für mich Julian Ist zu viel für dich Ja Dann isst du jetzt auch mal Würst du hier noch schnell Und Robert Kocht Wenn man es Sehen kann So jetzt Toi 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 Damit er das nicht verbrennt Weil Ich sehr oft Dass die Sims Wenn sie überhaupt nicht Kommen können Verbrennen Kann ich jetzt schon mal Wenn ich es sagen Beim Kochen Zusehen Fabian Fabian kocht nicht immer Er soll Spielzeug holen Ich bin zufrieden Ich dachte jetzt kommt Die Fahrgemeinschaft Warte Ja Robert hat es geschafft Endlich Was ist eigentlich Endlich Sein erstes Mal Trotzdem endlich Ich spüße mal durch Schön ab Und da ist es noch Ja 35 Minuten Zeit Ja Da Dann Musst du dich Noch mit Die Knudeln Ähm Alkohol Und Du Bis jetzt schnell Ein Frühstück Gehst du noch Pipi machen Und Dann gehst du schön Kassi mit dein Ähm Mit Fabians Hund Ja Eigentlich Also der Plan Für heute ist eigentlich Das Robert Kassi geht mit Micky Wartet Sehe ich das Hundepark hier Glaub ich nicht Pferdedings Aber Hundepark Ich war hier Eigentlich sehe ich das zum ersten Mal Muss ich Jetzt gestehen Weil Ich bin so langsam Jetzt bin ich jetzt gerade zum ersten Mal Warum Ich bin das angucken Okay Okay Ja Oh Wiss ich Glaub ich Es gibt Fahrgemeinschaft Das Sommerfest Ja Ist eigentlich weit entfernt die ganze Zeit im Sommerfest warum so, dann wollen wir erstmal seinen Arbeiten weg Wahnsinn in Gefängnis die Gefängnisse mit dem Partner unterhalten ja so ich mal jemanden kennenlernen dann wächst er mal schön seine ja seine Kleidung und hier gehen wir erstmal mit Mikigasi zum nein 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 bitte so warum Showpark ne ich nehme jetzt meine Pläne an das und pack jetzt mal nehme ich jetzt mal soll ich beide mitnehmen zum sommerfest und genießen bis 14 10 uhr so zum erst mal verlässt 2 mal 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 dann das ist einfach am wichtigsten jetzt locker nach ö das ist eine tolle großkarte das das was macht als nächstes er wird das und das ist zitronen das das wird das leute warte sie spielen jetzt mal amputieren so so warum geht das nicht? Mann, müssen wir jetzt wirklich müssen wir jetzt wirklich mal ein Buben um das zu spielen ist eigentlich logisch, aber warum? also Leute, die jetzt zum ersten mal die Sims sehen oder die jetzt zum ersten mal spielen wollen, das ist jetzt eine Stadt genau, das ist kein Dorf, das ist eine Stadt ich finde es zu klein, aber es reicht aus, glaubt mir ich finde, das ist eine der schönsten Städte, die die Sims 3 hat so, wie ich habe es gibt es vielleicht schöner, aber die ich jetzt mal nicht kennen kann eigentlich kann eigentlich nicht angreifen ich habe schon vergessen geh jetzt nur mal nach Hause rum um zu loschen, weil ja, hier geht es ist bei Null was ist das? was ist das? ich habe ein Sekt, das sehe ich ja zum ersten mal ich habe auch in der Prozent das ist ein bisschen er streitet das muss sagen ja Ja, und du, Micky. Ne, jetzt müssen wir mal hier Piesel. Da hat er noch Zeit. Da wird er sich... Ne, hat er sich mal einen Eisbüro... Kaufen? Hat er sich noch einen Eisbüro gekauft? Da wird er sich wirklich verdient. Keine Ahnung. Warum auch immer. So bis 15 Uhr wirst du schuften. Da wirst du Rebats schuften. Bis 21 Uhr. Und... Ja. So ist alles normales. Grat. Weintraubensamen fressen. Alter. Gute mal einfach mal. Wie groß die Samen sind. Ups. Hm. Am Stiel kommt er bunt. Am Stiel Toffee. Eishähnchen am Stiel. Eishörnchen. Ja, das ist das Eiche. Eishörnchen. Stimmt. Ja. 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 Wie ist das denn... Dein Eis essen? Alter, was hat das für eine dämliche... Was ist das? Das ist... Es passt einfach mal nur zu sagen. Also ist eigentlich auch... Sinn. Was ist das für ein Auto? 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 Das finde ich, das ist jetzt gerade nicht so spannend, dachte ich, ich wäre jetzt los. Ja, das ist jetzt halt beende. Wenn ihr noch mein End-Sefio nicht gesehen habt, schreibt es euch hier vorbei. Schaut es euch an. Ich hier irgendwo, euer Wünsche, würde es verlinkt, irgendwo. Ja, dann sehen wir uns einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.